Das Schreckgespenst El Nino war im letzten Herbst präsent in den Medien. Es wurde ein El Nino-Ereignis befürchtet. Und für einige Regionen am Pazifik hat das verheerende Folgen. Hier sehen wir katastrophale Bilder von Überschwemmungen und Zerstörungen aus dem letzten El Nino 2015. Die gute Nachricht, es kam nicht dazu. Warum, schauen wir uns jetzt mal an. Und da schauen wir auf die Meeresoberflächentemperatur im Pazifik, die wir hier dargestellt haben. Und wir sehen an den roten Farben deutlich zu warme Meeresoberflächentemperaturen hier im westlichen Pazifik Richtung Australien und eher kühlere Temperaturen hier im östlichen Pazifik. Das ist eigentlich die normale Situation. Und das sehen wir auch an dieser Grafik hier. Da ist die durchschnittliche Situation aufgezeichnet. Also eher trockenes und sehr warmes Wetter und dann natürlich auch Wasser hier im westlichen Pazifik. Warme Temperaturen natürlich hier auch am Äquator nach Osten hin, aber die nehmen dann kontinuierlich ab weiter nach Osten. Also eine durchaus normale Situation im Pazifik. Das führte natürlich auch zur Korallenbleiche im Pazifik. Vor allem im Great Barrier Reef ist sehr viel abgestorben. Hier hatten wir das Problem mit den hohen Temperaturen. Und nun gucken wir mal, was mit El Nino weiter passiert. Wir sehen hier den Anstieg der Temperaturen im Laufe des Jahres 2018 mit höchsten Werten im Oktober, November und Dezember. Das sind immer drei Monatsmittel. Und wir sehen dann einen kleinen Rückgang. Das sind die Abweichungen von den normalen Temperaturen. Wenn wir jetzt mal auf das letzte El Nino Ereignis schauen, dann sehen wir, da waren die Abweichungen deutlich über ein Grad, teilweise über zwei Grad, zweieinhalb Grad. Dann spricht man eben vom El Nino Ereignis. Dann kommt diese Wetterfront in Gang, die dann eben diese Niederschläge bringt. Das haben wir jetzt nicht. Und wenn wir jetzt auf die weiteren Aussichten schauen für dieses Jahr, sehen wir, es bleibt zwar leicht zu warm im Pazifik, im Östlichen, aber eigentlich gehen die Temperaturen kontinuierlich zurück. Wir müssen also kein El Nino Ereignis befürchten. Nun. Nun. Vielen Dank.